Raus aus der Stadt, rein in den Stau. Das werden am kommenden Wochenende voraussichtlich alle Autofahrer erleben, die bei schönem Wetter aus der Stadt in die Naherholungsgebiete flüchten. Die typischen Ausflugstraßen werden vor allem am Sonntag zeitweise verstopft sein. Auf den Fernstraßen bleibt es dagegen recht ruhig. Diese ruhige Zeit nutzen die Straßenbaubehörden, um zu buddeln oder auszubessern. Mit Baustellen müssen sie auf folgenden Strecken rechnen. Auf der A1 von Köln bis Dortmund und von dort auf der A2 über Hannover bis nach Magdeburg. Außerdem könnte sich auf der A61 Koblenz bis Mönchengladbach stauen. Verkehrsbehinderungen können auf der A7 zwischen Ulm, Kassel bis nach Hamburg auftreten. Gebaut wird auch auf der gesamten A3 von Passau über Würzburg bis nach Köln und Oberhausen. Betroffen ist außerdem die Autobahn von Karlsruhe über Stuttgart bis nach München. Dazu müssen sie mit Behinderung rechnen auf der A5 von Heidelberg bis Darmstadt und auf der A6 Heilbronn bis nach Nürnberg. Auch in den benachbarten Alpenländern wird die reisearme Zeit dazu genutzt, Straßen auszubessern. Autofahrer, die am Wochenende unterwegs sind, müssen daher Verzögerungen einplanen. Wichtiger Hinweis, der österreichische Arlbergtunnel ist bis November wegen Sanierung gesperrt. Ausweichmöglichkeit besteht über den Arlbergpass oder großräumig zum Beispiel über den Fernpass. Schauen Sie nach vorne, kommen Sie gut an!